Die zu veräußernde neue 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich im Kreis Rottweil. Die Wohnung wurde 2010 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie drei Tiefgaragenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 220.000 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Die Wohnung – das Gebäude von ca. 100 Quadratmetern für eine Auslandung. Die Wohnung – die Wohnung auf die Die Wohnung ist vom APEA. Der » Leuch der Minderung auf der Sprache. Die Wohnung ist eine Infrastruktur-Wohnung,